Liebe Studierende, willkommen zur zwölften Videoübung des Semesters zum Thema Phasengeschwindigkeit einer Seilwelle. Wir stehen in einem vollkommen dunklen Raum und halten das Ende eines Seils in der Hand, dessen anderes Ende an einer Wand befestigt ist. Wir finden durch Tasten heraus, dass das Seil einen Durchmesser von 2 cm hat und dass 4 Meter des Seils etwa so viel wiegen wie eine mit Wasser gefüllte 3 Dezilliter Bettflasche. Wir ziehen am Seil mit der Kraft, die es braucht, um unseren Rucksack hochzuheben. Der Rucksack hat eine Masse von ungefähr 2 kg. Wenn wir nun eine Seilwelle lossenden, kommt sie zurück nach 3 Sekunden. Die Distanz d zur Wand ergibt sich sofort aus dem Produkt der 11. der gemessenen Zeit, nämlich 3 Sekunden, und der Phasengeschwindigkeit der Seilwelle. Tatsächlich kennen wir die totale Zeit für die Ausbreitung hin und zurück der Störung als Welle gedacht, nämlich 3 Sekunden. Mit der Formel der Phasengeschwindigkeit aus der Vorlesung einer Seilwelle folgt somit diese Distanz d ist gleich die 11. der Zeit t, nämlich diese 3 Sekunde, mal die Phasengeschwindigkeit der Seilwelle. Und das ist gleich 0,5 t mal t, mal die Wurzel des Verhältnisses sigma durch rho. Es bleiben die am Seil angewendete Seilspannung sigma und die massendichte rho des Seils zu bestimmen. Zuerst stellen wir fest, dass das Seil eine Querschnittsfläche A gleich Pi mal Radius im Quadrat des Seils selber bei einem Durchmesser von 2 cm hat. Seine Massendichte ergibt sich damit als, nennen wir dies, rho, Masse geteilt durch Volumen. Wobei wir für die Masse diejenige der gefüllten PET-Flasche, das heißt 0,3 kg, einsetzen und als dazu gehöriges Volumen V nehmen wir 4 m Länge des Seils mal diese Querschnittsfläche A. Also die Massendichte ist gleich numerisch 239 kg pro Kubikmeter. Wir ziehen mit einer Kraft, die der Gewichtskraft von 2 kg entspricht, also ca. 20 N. Die angelegte Seilspannung ist damit, nennen wir dies, wie gesagt, sigma, angewendete Kraft, geteilt durch die Querschnittsfläche A. Setzen wir diese Werte ein, erhalten wir eine Distanz zur Wand von 24,5 m. Um die zurückkehrende Seilwelle deutlich erkennen zu können, treiben wir das Seil so stark wie möglich an. Die Frage ist, wie groß ist die Amplitude, die wir erzeugen, wenn wir eine Welle der Frequenz von 2 Hz verursachen, über eine Maximalkraft von 50 N verfügen und während des Antreibens insgesamt eine Masse von 5 kg, d.h. unseren Arm plus ein Stück Seil beschleunigen müssen. Eine Seilwelle entsteht via einer harmonischen Schwingung, erzeugt am Ende des Seils. Wir schreiben somit die Auslenkung des Seils bei unserer Hand, wo die Welle entsteht, als Funktion der Zeit, wie folgt. Nennen wir dies x von t. Dies ist gleich eine Amplitude b mal Sinus von Kreisfrequenz w mal die Zeit t. Wobei eben b ist die Amplitude und die Kreisfrequenz gedeicht durch 2π entspricht der Frequenz von 2 Hz. Die Phase hier dürfen wir null setzen, denn wir uns nur für Maximalwerte interessieren. Die Amplitude b ist somit die gesuchte Größe. Wir sollen jetzt diese gesuchte Amplitude mit der geübten Kraft verknüpfen. Dies ist möglich via der Überlegung, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung nach dem Newton-Schön-Gesetz. Das heisst, wir können auch schreiben, dass die maximale geübte Kraft ist gleich Masse mal maximale Beschleunigung. Die Beschleunigung selber ist definiert als zweite Ableitung nach der Zeit dieser Funktion. Das heisst, die Zeitabhängigkeit der Beschleunigung ist dann gleich minus diese Amplitude b mal Kreisfrequenz in Quadrat mal Sinus der Kreisfrequenz mal die Zeit t. Und hat einen maximalen Wert gleich Amplitude b mal Kreisfrequenz im Quadrat. Nun verwenden wir die Relation zwischen Kraft von 50 Newton, Masse von 5 Kilogramm und die maximale, oben berechnete Beschleunigung und lösen die resultierende Gleichung nach der gesuchten Amplitude b auf. Das heisst, die gesuchte Amplitude ist somit gleich maximale geübte Kraft geteilt durch Masse mal Kreisfrequenz im Quadrat. Und dies entspricht dem Wert von 0,063 Meter. Diese Aufgabe hat die Definition der Phasengeschwindigkeit einer Seilwelle in Erinnerung hervorgerufen und auch die Idee der Erzeugung einer Welle via einer harmonischen Schwingung bekräftigt. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.